So, Mochi? Mochi? Ja, ich glaube, hier ist sie runtergeschleppt, aber wir gucken erstmal hier vorne, können wir hier nochmal mitnehmen. Ah, Spaltmittel, Spaltmittel. Eigentlich, wozu brauche ich das? Spaltmittel brauche ich eigentlich nicht. Nix, dann haben wir da noch. Viel Sprintstoff, schön. Jetzt hat das alles ausgepackt. Oh, Kraut. Gut, okay, das hat sich stacken lassen. Nice. Was ist da? Da braucht man Dietrich. Scheiße. Dietrich halten mehr. Boah, wie groß dieses scheiß Anwesen ist, ey. Das ist Wahnsinn. Was überall ist. Oh. Woher ist so irgendwelche Insekten rumflitzen. Das ist ja ekelhaft. Aha. Okay. Scheinbar war das nicht so gut von mir irgendwie den Flammenwerfer auszupacken, wenn ich so sehr, was man hier so gut bekommt. Mhm. Okay. Versperrt den Weg. Oh. So, schön alles absuchen hier. Oh. 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 Ach, kinani. Jetzt hat man vielleicht nochmal verschlossen. Oh. Oh. jeder mit euch so schön die tür freigeschnitzelt so hier müssen wir mal gucken wie wir jetzt hier ankommen die kriegen wir ab jetzt flinden munitionssäge da drinnen die holen wir uns das haben wir mal gut gemacht das haben wir gut gemacht hier ist ein scheißhaus mal hoch in den ersten stock da aber verschwinde Oh, Mann, ey, wieso? Wieso? Oh, Gott, wo ist sie? Guckt ihr jetzt hier überall rum? Oh, shit. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, scheiße. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Ich geh die. Oh, shit. Komm mal ab hier. Wie? Oh, 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 oh. Ach, komm schon. Du hast doch keine Angst vor einem Mädchen, oder? Oh, I, Alter, hier. Da, nimm mit. Ja, das ist mir egal. Komm, komm. Oh, shit. Oh, Gott. Verpiss dich. Du verdienstest. Du verdienstest. Oh, ist das Ekehaft, Alter. Scheiße. Scheißdreck, Alter. Wo bin ich denn jetzt hier? Ach, je. Ja, so, komm mal hoch in den Mund. Nein. Oh! Oh, Mann, Alter. Das war ja eine Nummer. Wart doch einfach tot, okay? Ja, nee. Wär schau. Würde gut finden. Hallo, Laterne. Wie gesagt, wir hätten einfach nur... Ja, diese kleine Wicht einfach runterdrücken müssen. Ey. Na, das war ja eine Nummer. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. So, okay. Dann gucken wir mal. Jetzt hier mal ein bisschen... Loot einsammeln hier. Oh, Gott. Jetzt hab ich noch mehr geschönet. Brennstoff. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob wirklich Brennstoff besser gewesen wäre. Ich meine, ich hab jetzt wirklich da... Ah, viel Mond verballert. Irgendwie, ja. Aber so ist es, dafür ist er auch da irgendwie. Boah. Ekelig. So, schauen wir mal hier drüben. War da bestimmt mal irgendwas? Zeigt doch immer, was ihr sehen hier. Brennstoff, ja, aber anscheinend... Wollte das Spiel, dass ich hier anscheinend eher Brennstoff einsetze. Aber... Gegen Insekten ist das ja halt auch wirklich ein bisschen effektiver. Ich geb's ja gerne zu. So. So, der Kapter hier noch... Jippie. Okay, unten ist noch Ott. Die sind tolls hin. Ah, okay. Das geht aber quasi direkt mit Margaret verbunden, verstehe. Ja, okay, vielleicht. Was ist denn Quatsch? Muss er da irgendwie hinkommen? Das ist ja natürlich jetzt hier hoch hier und dann runterspringe vielleicht. Da, genau. Perfekt. Alles eingesackt, alles eingesackt. Alter, definitiv hier irgendwie mit dem Brennstoff. Ach, genau, nee, nicht immer Platz, okay. Oh, ist denn das? Ah, okay. Das ist neu. Kraut. So, warte mal. Da können wir doch was machen. Da kann jemand da was machen. So, jetzt haben wir da schon einmal weniger. Wir können sagen, dann nehmen wir das mit. Und eine Minimo. So, und jetzt können wir auch das mitnehmen. Bestens. Okay. So, also die nächsten paar Folgen werden wahrscheinlich ausschließlich mit dem Flammenwerfer unterwegs sein. Oh, wie. So viel Moon wie ich dafür jetzt habe. Orange. Menü. Was haben wir denn da? Das ist doch schon lächerlich. Okay. Na gut. Alles klar. Entriegelt. Na dann wollen wir mal. Das Tor ist kaputt gegangen und okay, wir haben die Laterne. Wir können also wieder in das Bootshaus zurück. Und die Laterne anhängen. So. Okay. Shotgun. Oh. weggepackt. Die Moon dafür weggepackt. Ich werde das erst mal wegpacken. Feststoff. Eigentlich könnte man noch mal. Okay, das packe ich erst mal komplett weg. 40, 50 Schuss für die Pistole sind auch erst mal ganz gut. Und ich mach mir einfach noch was denn für den Flammbäffer. So, pack's rüber. Okay, alles klar. So. Ja, bitteschön. Ja, super. So. Puh, okay. Speichern. Dann mal ein bisschen kurz die Kehle benetzen. Und dann nehmen wir mal ins Bootshaus. Dazu... Wie einfach, kann ich den Gang wieder zurückklettern? Der wahrscheinlich am schnellsten, oder? Na. So, zurück hier. Ja. So, nehmen wir mal die Karte hin. Wo ist man das? Da steht hier oben so ein blöder Klavier. Was ist das denn? Was ist das denn für ein Krokodil? Oh, wer produziert denn so eine Kuscheltiere? Oh, ne, ne, oh Gott. Oh, scheiße. Ne, schnie, schnie, schnappi. Entschuldigung. Was ist das denn? Oh, bitte, sei denn nun eine statue. Oh, ne, wie kommt der jetzt her? Meine Familie. Evelyn. Schön. Total schau. Ah, komm, ich hab hier einen Sack voll Sportschuhe gefunden hier. Ein paar Tonschuhe. Komm, die hauen wir alle hier in die Schublade. Das ist, hier ist der perfekte Platz dafür. Alle die gleichen. Auch da haben wir einen ganzen Container von bei Amazon bestellt. Oh, Gott, Alter, ehrlich, ja? Überdimensionierten Kuscheltiere, ey. Fürchterlich. Soll das eigentlich überhaupt ein Kinderzimmer oder was? Ich denke nicht, dass der Teddy davon alleine schaukeln sollte. Ich denke nicht, dass das so sein soll. Oh, komm, mach gleich wieder zu. Mach gleich wieder zu. Komm. Mach zu. Reicht mir. Reicht mir. Könntest du mir umdrehen? So. Das ist ein Boot, wa? Ja. Titanic, der Film in einem einzigen Bild beschrieben. Da oben stehen noch Keto und Leo. Ja, hier hat sich der Inneneinrichter fast förmlich überschlagen, um jetzt hier diese absolut gemütliche Wohlfühl-Atmosphäre zu bekommen. Ah, da war Tine Wittler war da. Ja. Tu. Ke... Oh, nee. Nee. Buh. Ja, das passiert, wenn man Kuscheltiere aus Medizinbällen macht. Packet weg. Leget einfach weg. Mann, das ist ja auch ein Arschdusser hier eh. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Mann, Alter. Wieso? Wieso? Ach komm ey. Ja, irgendwas stimmt mit ihr nicht. Ja, irgendwas. Klobao. Ach, Kinder. Ich bin in Ruhe selbst. Ich ruhe in mir selbst. Ich ruhe in mir selbst. Eeeh. Ja, aber keine Angst, was hinter dieser Tür sein könnte. Hallo. 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 Ja, hier der Stuhl mit Chlorex. Da darf sie nicht ran. Gott sei Dank kann man auch so die Schubkarre da hinten, Alter, oh Mann. Kick it! Wundervoll, einfach total wundervoll. Oh, Piraten! Hm, okay. Okay, ist der Raum hier, ne? Ist hier was? Jaaa... Uuuuuh, send it! Ah, hier ist wieder der Puppen-Ingmar. Oh, nee. Nee. Die ist hier ja arm. Oh! 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 Oh ja, gib ihn dir, Alter! Jaaa... Fucken die einen! Hm... Hm... Und du wirst lebendig? Oh! Oh! Oh, da fängt viel Stress-Mucke! Es ist jetzt überall so eine Psycho-Zechnung. Die waren auch vorgelegte. tschau WOOOOOOOH SHIT 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 F**k 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 Na los komm her, komm her Oh shit, oh nein sind jetzt hier überall so ne Viecher, oh nee, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht AHHHHHHHHHH Oioioioioioioioi Uuuhu Oh das ist so schön noch mal verpiss hier So Also erstmal schneller anrufen hier, wa So, also wir haben den Arm. Sie hat den Kopf. Und jetzt sollen wir zum Boden wagen. Na dann. Hast du ihn gefunden? Ja, ich hab ihn. Können wir mit dem Ding wirklich ein Serum herstellen? Wird schon klappen. Wenn wir es hergestellt haben, können wir hier raus. Gemeinsam. Ich warte im Boden wagen auf dich. Okay. So, dann. Auf zum Boden wagen. Das ist die Frage. Ich könnte jetzt... Ich würde jetzt wieder die Abkürzung nehmen. Because of... It is not. So. So, das ist massiver Fels. Doch hier, oder was? Oder ist das einfach beschleimig? Hat die sich hier wirklich so binnen dieser kürzesten Zeit durch massiven Fels durchgearbeitet? Das ist schon krass. Respekt. Respekt, junger Arme. So. Hof zum Boden wagen. Ja, echt jetzt, ja? Wo zur Hölle bist du? Ach, ist auch egal. Wir brauchen nur noch den Kopf und den hast du. Und das wird mir und mir helfen. Hey, Kumpel. Ich dachte, du solltest wissen, dass ich Zoe eine Auszeit verpasst habe. Sie und Mia sind hier bei mir. Und sie leisten einander Gesellschaft. Lass sie doch beide gehen. Wozu brauchst du sie? Nein, nein, nein. Das ist familienintern, Ethan. Und nicht deine Sorge. Verstanden? Also, wenn du den Kopf haben willst, kannst du ruhig jederzeit vorbeikommen und ich geb ihn dir. Aber nur, wenn du an einer kleinen Nö, 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 Aktivität teilnimmst, die ich vorbereitet habe. Nur für dich. Welche Aktivität? Oh, oh, oh. Du bist schon ganz scharf drauf. Aber keine Sorge, die läuft ja nicht weg. Als allererstes hätte ich gerne, Partner, dass du für mich einen Blick in den Kühlschrank dort im Wohnwagen wirfst. Leck mich. Oh, komm schon. Sei doch nicht so. Du willst doch ein bisschen Spaß haben, oder? Jetzt schau in den Kühlschrank. Das Schwein wartet im Zerlegeraum auf dich, Miststück. Nicht im Zerlegeraum. Nicht im Zerlegeraum. Oh, okay. So. Tja, kann nicht die Erde zu bleiben. Der Zerlegeraum. Na dann, auf in den Zerlegeraum. Na dann, auf in den Zerlegeraum.